Wenn ich mir das von Ihnen gefallen lassen würde. Ich kann auch nicht nachgeben. Darin sind wir beide gleich. Na, wie sieht's denn auf der neuen Ranch aus? Sehr gut. Alles in Ordnung, nur ein bisschen zu warm. Was haben Sie von ihm erwartet? Ich habe geglaubt, dass er zu mir halten würde. Und nicht, dass er sich aus dem Stau bemacht. Er ist eben nicht stark genug gewesen. Guten Morgen, Kommi. Na, wie geht's denn dem kleinen Landteam? Ich glaube, Sie irren sich. Ich habe das Land heute auf meinen Namen eintragen lassen. Das haben Sie, als Sie gebaut haben, versäumt. Hast du von der Sache mit Curly gehört? Damit hatte ich nichts zu tun. Ich will keinen Streit, Bill. Was verdankst du Ihnen denn schon? Dein Leben? Vielleicht. Du machst also mit, Bill. Es ist nicht anders zu machen. Aber nur unter meinem Kommando. Natürlich. Ich bin einverstanden. Aber nicht alles zu machen. Bitte. Wouldn't cử. Ich bin einv Friday, denn испыт motivational. Ich bin ein nicht mehr zu machen. Du musst es nicht mehr wie geht's. Vielen Dank.